Das heutige Horoskop, Löwe, 9. Oktober 2023. Entdecken Sie Ihre Zukunft mit meinem Tageshoroskop für Sie über Liebe, Arbeit, Gesundheit, Geld und Kompatibilität mit anderen Zeichen. Heute möchten Sie wahrscheinlich mit Ihren eigenen Gedanken alleingelassen werden. Entspannen mit einem guten Buch könnte ganz oben auf Ihrer Agenda stehen und Sie möchten wahrscheinlich nicht unterbrochen werden. Lärm und Anfragen, die Sie normalerweise nicht stören, könnten Sie heute verärgern. Versuchen Sie daher am besten, etwas Zeit alleine zu verbringen und sich die Mühe zu machen, anderen gegenüber wie gewohnt rücksichtsvoll zu sein. Tipp zum Lösen von Verspannungen, machen Sie einen Flockenspaziergang. Genug von diesem Gefase, kommen wir zum Kern der Sache. Dies ist ein guter Tag für Sie, tief zu graben und die Quelle dessen aufzudecken, was sich darunter verbirgt. Niemand wird Ihnen das Gegenteil beweisen können. Deine Gefühle sind sensibel und dein Ego ist geerdet. Sie werden feststellen, dass die männlichen und weiblichen Seiten ihrer Persönlichkeit harmonisch zusammenwirken, sodass sie sich selbstbewusst und mutig fühlen. Beziehungen zu Freunden, Kollegen und romantischen Partnern könnten in dieser Zeit besonders lohnend sein. Sie fühlen sich heute besonders sympathisch und freundlich und geben sich eher als sonst die Mühe, jemandem zu helfen. Dies wird nicht unbemerkt bleiben, wahrscheinlich werden Sie sich sogar die unsterbliche Dankbarkeit anderer verdienen. Gesellschaftliche Veranstaltungen sollten neue und aufregende Menschen in ihre Welt bringen, also seien Sie auf anregende Gespräche vorbereitet. Sich amüsieren. Zögern Sie nicht, sich für das einzusetzen, was richtig ist, mein Lieber. Auch wenn es bedeutet, jemanden mit Macht zu konfrontieren, soll es so sein. Die geringste Ungerechtigkeit kann heute nicht toleriert werden. Wenn Sie Ihre Meinung äußern, wozu Sie sich heute verpflichtet fühlen, respektieren andere Sie. Das hat lange auf sich warten lassen und es tut Ihnen unheimlich gut. Sie befinden sich in Ihrem eigenen Zuhause und in Ihrem Familienkreis im Belagerungszustand. Die Leute kritisieren Dich ständig und Du hast das Gefühl, dass Du alles falsch machst. Nehmen Sie sich Zeit zum Nachdenken, bevor Sie etwas erwidern, denn in manchen Punkten könnte die Person tatsächlich Recht haben. Wenn Sie nüchtern reagieren, wird Ihre Familie sehr schnell wieder Vertrauen zu Ihnen gewinnen. Sie müssen heute einige Dinge erledigen und das tun Sie am besten gemeinsam mit Ihren Leuten. Teamwork ist nicht immer Ihr Stil, aber jetzt ist es auf jeden Fall angesagt, also schnappen Sie sich Ihre Leute und gehen Sie. Die Idee, neue Leute kennenzulernen, fällt Ihnen schwer und ist nicht wirklich etwas, über das Sie nachdenken möchten. Wenn Sie sich tatsächlich so fühlen, ist es weitaus besser, eine Weile zu warten und darüber nachzudenken, was Sie wirklich erreichen möchten. Wenn dies geschieht, hat die Idee einer Verabredung einen realistischen Zweck mit viel höheren Erfolgsaussichten. Möglicherweise ist die Stimmung an diesem Tag für Ihren Geschmack etwas zu düster. Warum sind plötzlich alle so ernst? Unabhängig davon, ob Sie die Antwort auf diese Frage herausgefunden haben oder nicht, seien Sie sich darüber im Klaren, dass es sich wahrscheinlich nicht um etwas handelt, das Sie speziell getan haben. Emotionen, die sich aufgebaut haben, werden jetzt wahrscheinlich zum Ausdruck kommen, ähnlich wie ein Vulkan, der unter dem Druck von Tonnen geschmolzener Lava platzt. Dies ist der Tag, aus dem Träume gemacht sind. Mit Ihren Talenten und Ihrem Drang, Dinge zu erschaffen und den Ereignissen dieses Tages sind Ihnen keine Grenzen gesetzt. Angesichts Ihres enormen Ressourcenpools weiß der Himmel nur, was Sie erreichen können. Legen Sie Ihre Ziele fest, stellen Sie Ihr Team zusammen und setzen Sie es um, wie es kein anderer kann. Egal wie groß Ihr Unterfangen ist, Sie haben das Zeug dazu, es zu Ende zu bringen. Machen Sie das Beste aus einem so kraftvollen Tag 1. Täglicher Planetenüberblick Während wir uns auf die bevorstehende Sonnenfinsternis am Wochenende vorbereiten, herrscht in der Atmosphäre eine spürbare Anspannung. Der Krebsmond orchestriert eine himmlische Symphonie und stellt Verbindungen zu mehreren großen Planeten her, die ihre einzigartigen Einflüsse ausüben. Neptun bringt seine Aura der Illusion, Täuschung und Kreativität mit, Venus fügt die Elemente Liebe und Geld hinzu, Auf dem Mars geht es um Themen wie Konflikte und mögliche Zerstörung, Pluto wirft seinen Schatten auf Dreiecksituationen, Wachstum und Machtkämpfe, und Jupiter erweitert wie immer die Bühne. Diese kosmische Konvergenz beschert uns einen Tag voller Kraft und Energie, vergleichbar mit einem Motor mit hoher Oktanzahl, der hochdreht. In diesem aufgeladenen Umfeld ist mit Machtkämpfen, hitzigen Auseinandersetzungen und Konflikten sowohl in Beziehungen als auch in finanziellen Angelegenheiten zu rechnen. Die allumfassende Ausgelassenheit verstärkt das hektische Tempo des Tages und lässt Situationen ihr wahres Wesen preisgeben. Allianzen werden auf die Probe gestellt und unsere emotionale Stärke wird auf die Probe gestellt, wenn wir direkt vor schwierigen Entscheidungen stehen. Widerstehen Sie inmitten dieses Wirbelsturms der Versuchung, voreilige, impulsive Entscheidungen zu treffen. Suchen Sie nach genauen Informationen und sammeln Sie Fakten, um Ihre Entscheidungen zu leiten. Stellen Sie sicher, dass diese fundiert und auf einer umfassenden Perspektive beruhen. Denken Sie sorgfältig über die Dinge nach und vermeiden Sie ungestüme Handlungen, die später zu irreversiblen Fehlern führen können. Die Anwesenheit von Mars und Jupiter deutet auf das Potenzial für explosive Auseinandersetzungen hin, die dazu führen, dass wir unsere Entscheidung bereuen, an alten Wunden zu graben oder andere, einschließlich uns selbst, zu provozieren. Die Weisheit des Tages liegt darin, auf der eigenen Spur zu bleiben, auch wenn äußerer Druck Sie dazu drängt, vom Kurs abzuweichen. Später am Tag tritt der Mond in die nähernde Umarmung des Krebses und erfüllt den Morgen mit Wärme und Fürsorge. Unter diesem Mondeinfluss verlagern sich unsere Prioritäten hin zur Suche nach Trost, Frieden und Gelassenheit in unserem häuslichen Bereich. Eine schöne Zeit mit der Familie zu verbringen, kann ein beruhigender Balsam für jeglichen Stress sein, den Sie möglicherweise erleben. Gefühle der Zuneigung und Verbundenheit zu geliebten Menschen werden verstärkt und bieten die Möglichkeit, diese Bindungen zu vertiefen. Darüber hinaus kommt Ihre soziale Seite zum Vorschein, was die Kommunikation mühelos und offen macht. Sie werden im Einklang mit Ihren Emotionen sein und in der Lage sein, diese klar und authentisch auszudrücken. Zögern Sie nicht, Ihre innersten Gefühle mitzuteilen. Die Leute werden positiv reagieren und Ihre Gefühle respektieren. Diese Offenheit kann stärkere Verbindungen innerhalb Ihres sozialen Umfelds und Ihrer Familie fördern und eine harmonischere und bereichernde Dynamik schaffen. Nehmen Sie die Segnungen dieses Morgens an und lassen Sie Ihr Herz frei sprechen. Himmel für heute Während die Sonne durch das Zeichen der Waage gleitet, bildet sie einen Quinkungs mit Jupiter, der im geerdeten Zeichen des Stirs zufällig rückläufig ist. Normalerweise kündigen solche himmlischen Ausrichtungen kleinere Frustrationen und subtile Spannungen zwischen den Planetenenergien an, aber dieser besondere Aspekt bringt eine willkommene Wendung. Anstelle von Zwietracht strahlt es eine Aura der Positivität und des Glücks für den kommenden Tag aus. Unsere Stimmung steigt und wir erhalten die nötige Motivation, kalkulierte Risiken einzugehen. Jetzt ist es an der Zeit, einen Vertrauensvorschuss zu wagen und furchtlos die Tiefen Ihres Herzens und Ihrer Seele zum Ausdruck zu bringen. Wagen Sie es, sich an Aktivitäten zu wagen, die Ihnen Freude und Erfüllung bringen. In den frühen Morgenstunden bildet der Krebsmond gnädig ein harmonisches Streigen mit Merkur in den einfühlsarmen Fischen. Diese kosmische Ausrichtung verleiht uns einen günstigen Einfluss für die offene und herzliche Kommunikation unserer innersten Gefühle. Trotz des natürlichen Auf und Ab der Gefühle unter dem fürsorglichen Krebsmond sorgt das Treigen zu Merkur dafür, dass wir ein mitfühlendes Publikum finden. Diese himmlischen Bedingungen schaffen ein ideales Umfeld für therapeutische Durchbrüche. Sie müssen nicht in tiefe Tiefen vordringen oder bahnbrechende Erkenntnisse ans Licht bringen. Stattdessen liegt die Heilung darin, von einer anderen Seele mitfühlend beobachtet zu werden. Machen Sie diesem Gefallen den ganzen Tag über auch anderen zugänglich und achten Sie auf die subtilen Signale, die von Ihrer Intuition und Ihrem Unterbewusstsein ausgehen. Als die Nacht hereinbricht, befindet sich der Mond in einem herausfordernden Quadrat mit Chiron, der im feurigen Widder residiert. Diese himmlische Konfiguration kann Gefühle von Angst und Unbehagen hervorrufen. Es ist möglich, dass eine Elternfigur oder vielleicht die anhaltenden Echos der elterlichen Autorität in Ihrer Psyche die Ursache dieser Spannung sein könnten. Zu diesem Zeitpunkt könnte es sein, dass Sie sich in Ihrer Fähigkeit, sich auszudrücken, eingeschränkt fühlen und Angst haben, lächerlich gemacht oder verurteilt zu werden, wenn Sie Ihre Gefühle mitteilen. Es ist jedoch wichtig, sich daran zu erinnern, dass Ihre Lieben die Ursache Ihres Rückzugs möglicherweise nicht vollständig begreifen, insbesondere wenn Sie sich Ihrer vergangenen familiären Dynamiken oder Unsicherheiten in der Kindheit nicht bewusst sind. Auch wenn die Kommunikation in solchen Momenten mühsam erscheinen mag, birgt Sie den Schlüssel zur Befreiung. Während Sie Ihre Gefühle mitteilen, stellen Sie möglicherweise fest, dass Sie sich metaphorisch mit einer Bedrohung auseinandersetzen, die längst neutralisiert wurde. Alternativ könnten Sie zu der Erkenntnis kommen, dass der Mangel an emotionaler Intelligenz einer Person in der Gegenwart ein Signal ist, sich zu trennen, sodass Sie in diesem Prozess Frieden finden können. Haben Sie keine Angst, sich diesen Emotionen zu stellen, Sie bergen das Potenzial für tiefgreifendes Wachstum und Verständnis.